Hallo und herzlich willkommen hier auf... Jo, du weißt wo ich bin ne? Weiß es nicht. Natürlich weißt du wo ich bin. Hier! Wir sind hier in... Böse... Hier, ne? Hier. Nicht da und nicht woanders, wir sind hier. In... Weiß doch nicht wie der Scheiß heißt hier. Creek Platinum DLC, ne? Hier auf der neuen Map hier. Ich hab keine Ahnung wie die würde... Ich kann mir das nicht merken hier. So. Ja, du vergesst, du Schweinebocke. So. Weiß gar nicht was ich mache hier, ne? Kein Plan hat er. Ich schon. Ich hoffe nur jetzt... Er reißt nicht ab hier. Machen wir hier. Yeah, das gibt was schönes hier, ne? Das gibt sehr was... Hoi, 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 hoi. Vorsicht. Baum kommt. Du hast es gesehen. Scheiße, er hat es gesehen. So, hier auch noch ein bisschen runter. Mal gucken ob das geht. Ja, schöne Baumstamm hier. Auch nochmal hier. Was hier auch noch fehlt, ist ja jetzt hier... Maßband, ne? Das wäre jetzt noch hier nicht schlecht. So. Hier haben wir geschnibbelt. So. Ähm. Jetzt müssen wir den raufholen hier. ototototototototototot. So. Dann hier.... befestigen mit B. Ja, ich brauche... Moment mal, momentan noch ein bisschen Giovjesahl. Hilfe tasten, ne? Hier. Hoch vorn? Ja, ja, da. und der Baumstamm geht in die Lüfte. Kannst du da hochziehen? oder... So, jetzt können wir ja, ähm... Ähm, X drücken. Und da fährt die hier runter. Über den Fluss. Da unten ist der Fluss. Fährt da rüber. Und dann können wir es dann später aufladen. Das ist total geil. Weil da hinten haben wir schon einen Bagger. Der LKW ist auch irgendwo. Das ist noch beim Sägewerk. So, mit V können wir den lösen dann, wenn er unten ist. Siehst du, das fährt schon da hin. Das können wir dann da runterschmeißen. Und jetzt mit Z. Z. Zur letzten Position. Man hat ja die Dreiecke hier, ne. Dann fährt er immer hin und her. Jetzt haben wir hier oben noch einen gehabt, glaube ich, oder? Den müssen wir auch mitnehmen. Mal warten, bis er hier oben ist. Ich finde das geil. Das ist eine Laufkatze, glaube ich, heißt das, oder? Müsste es, glaube ich, heissen. Wie beim Kran. Die Katze. Also, schon hier. Jetzt kann ich den hier schön bewegen. Ich weiss nicht, was das R bedeutet, ne. Äh, Laufwagenverfolgungsmodus. Ich, wenn ich da drücke, funktioniert gar nichts. So. Die Seite. J. Drücken. Und hoch mit dir. Ich finde das geil gemacht, ja. So, jetzt musst du wieder runter mit X und... Tschüss. So, später können wir das aufladen. Das mit dem Container habe ich übrigens auch rausgefunden. Du musst, wenn du die Container hast, weisst du welchen, ne. Du musst die Babelstämme nur in der Nähe haben. Dann war es flutschend, dann ist er drin. Ähm, ist ne coole Sache. Ich vermisse aber immer noch den Container, äh, Anhänger. Also, gut, vielleicht kommt's ja noch oder so. Äh. Ja, ich find aber trotzdem eine geile Sache hier. Oder wenigstens, dass man machen könnte, auch, ähm, dass man, ähm, den, ähm, den Rungenwagen, also, wo der Holz ablädt, damit man die Rungen wegmachen könnte. Also, die Eisenstäbe. Ne? Dass man die wegmachen könnte und da die Container draufladen könnte. Wäre noch nicht schlecht. Okay, jetzt müssen wir noch mal warten. Komm. Man kann leider nur eins auf einmal, aber man kann alleine arbeiten. Das ist wichtig. Stopp. Äh, M und K und K und M. Hopp. Gut. Äh. Buh. Jöt. Ja, langsam mach ich's raus, dann kann ich langsam das wegmachen, aber ich seh ich immer, wo, wo der, die Dings ist, ne, hier. Das Kätzchen. Laufwagen. Gut. Laufwagen. Ist ja okay. Ich meine, das ist schon geil, weißt du, einer könnte hier oben ein bisschen Bäume säbeln, der andere räumt's da unten weg. Das ist schon, kann man schon geil machen, ne? Also, der andere fährt mit dem LKW immer hin und her, zack, 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 der andere lädt auf. Oder macht einen Polter, je nachdem. Das find ich geil. Oder der andere säbelt hier, ne? Und der andere hängt's ihm halt an. Also, es gibt viele Dings, wo man, äh, cool machen kann. Mehrere Leute. Er hat übrigens eine Länge, ich hab gerade nachgeguckt, 800 Meter. Mit dem Seil. Der kleinere, glaub ich, noch 500. Es gibt ja noch zwei von denen, die wir letztes Mal gehabt haben. Gibt's zwei, einen kleiner und einen größer. Wir nehmen natürlich immer das Größere, ne? Aber ist auch geil, wenn man jetzt hier, ähm, mit, äh, kleineren fährt. Ne? Ist auch cool. Also, es läuft echt gut, ey. Muss echt sagen. Ohne Probleme, nix, weißt du, keine irgendwie so blöden Bugs oder sowas. Ist richtig gut. Also, jix. Es läuft, ne? Es läuft. Die haben richtig gut getestet. Die Sounds sind gut, ne? Bäume fällen auch, schöner Sound, alles perfekt. Also, schon, ich find's geil, ne? Also, die Map ist auch groß. Also, du kannst hier echt hier Milliarden von Bäumen sehen, hier. Ja, gut. Ne? Millionen. Millionen. Ähm, Faune. Jupp. Komm zurück. Kommt doch, ja, er kommt. Wenn man jetzt hier noch so ein Dingchen machen könnte, weißt du? so ein, äh, zum Reinsitzen. Ne? So ein Gitterbox. Ne? Gitterbox kannst du mit runterfahren. Mittag, äh, äh, so. Wir wissen ja, ne? Das muss man am Baum befestigen, nicht, äh, irgendwo anders. So halt, wie im Ding auch. Hab das ja auch schon gesehen. Wie kann der eigentlich hier? Alter, bis hier hin. Warte, warte, wo war das jetzt? Bis hier hin? Oh, das ist gut. Buh. Jot. Vorsicht. Spieß. Hoch damit. Und ab dafür. So, einen hätten wir hier zwar noch, aber den können wir auch mit runtertragen. Oder wir lassen den oben, ähm, für die Bienchen und für die Käferchen, ne? So, da gehen wir wieder runter. Wir könnten eigentlich auch hier switchen, ne? Da können wir ja gar nicht mal gucken, wie der runterkommt hier. Oh, das ist aber hier, ne? Der macht gar nichts hier, ne? Der ist einfach... Gut, V, ne, doch V runterlassen. Ey, ist halt ein bisschen, äh, weißt du, ich hab's vorhin ja hier gemacht. Aber, wir können, ach, wir können ja so machen. Ein bisschen hochziehen, ne? Für das haben wir ja unsere schöne Seilwinde. Das ist geil, mit den Seilwinden, das ist schon geil. Warte mal, wir gehen mal ein bisschen runter. Nehmen wir mal ein K. Können wir den ein bisschen hochnehmen hier. Ja. So, jetzt müssen wir den abbauen. Abbauen war einfach nur X-Druck. Nicht X-Druck. Nein, ich muss ja hinten hinstehen. Dann kann ich ja hier, frage mich den Arsch voll nix. Hä? Was ist denn jetzt R? Laufbarke aktivieren, aktivieren. Erfolgungsmodus, der ist jetzt aber nur hierhin gefahren, oder? Wenn ich jetzt R drücke, fährt er hierhin. Das ist wie so Verfolgungsmodus. X. Nein, wie habe ich denn das letztes Mal gemacht, mit dem... Äh. Äh, das sind ja Handgeräte gewesen. Handgeräte. Ah, hier, da muss es ganz hinten. jetzt. Hui. Ei, ei, ei. Da hat er sich aber drüben, ne? Ja. Hier, Blitzlicht aus. Blitzlicht. Ah, Pannenblinker auch aus. Na, dann fahren wir mal hoch. Ja. Ja, Pannenblinker habe ich doch ausgemacht, hier. Schönes Teil, ne? Schönes Teil hier. Na, jetzt fahren wir mit dem Wesenschnitt mit dem runter, oder mit dem anderen. mit dem ist besser wahrscheinlich dann. Ja, aber erst, erst, kommt der Ilkw, ne? Wenn will, man kann ja auch einlagern, ne? Also gut, ist eine Produktion, aber ich habe die ja nicht gekauft. Könnten wir ja eigentlich mal... Was machst du? Ich will die Cola haben, du. Können wir auch gucken, wo wir kaufen, oder kannst du kaufen, überholz, lagern. Ich habe doch das sehen, mal gesehen, hier, da kommt noch das Geld schon. Aber ist er denn? Also hier kannst du im Fall ins Wasser fahren mit dem Trailer und dann, da drüben, äh, erdrücken und dann, hier ist er. So, dann, 250.000, bist du wahnsinnig. Ja, Äh, deaktivieren, deaktivieren, und das ist auch deaktivieren, das ist deaktivieren. Was machen wir denn eigentlich? Lange Bretter kann man auch machen, ne? Ja, wir können ja Bretter, jetzt machen wir Bretter, ne? Holzfertigwand. Das ist interessant. Das, äh, gefällt mir. So, wo ist jetzt mal LKW wieder hin? Jetzt müssen wir aber gucken, wo müssen wir hin? Jetzt vorne links. Hier links, ne? Hier war das. Fährt sich gut, der LKW hier. Gut, der ist halt nicht unbedingt geeignet, jetzt für den Wald oder so, aber, der fährt sich gut. Ne? Also fährt sich echt gut. Und Power hat er, ne? Ui. Ne, hier runter, oder? Oder? Ja, 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 ja. Ja, hab schon gesehen. Ja, hab schon gesehen. So. Ähm, die Frage ist jetzt, können wir unten durchfahren, direkt, oder nicht? Ähm. Probieren wir es einfach, ne? Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Das geht nicht, das geht. Das geht. Das geht. Das geht. Ei, ei, ei. Hier links, ne? Ah, viele, viele Steine, ja. Ja, hier war's. Genau, hier müssen wir hin. So. Ah, das ist eine Scheiß-Straße da runter, ne? Hätten wir ein bisschen Wasser dran machen können. Da kann man über das Wasser bauen. Ah, jetzt stellen wir den am besten. Häh, 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 häh. Ist ja lustig hier, ne? Ui, nicht runterfahren, ne? Neuer LKW. Wenn wir denn jetzt hier schräg stellen, am besten, oder? Ne, warte mal, wir haben da den, 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 den Berger. Den Berger, da können wir direkt nebenan fahren. Hauen wir ihn hier. So, ja. Das passt. Gut. Ne, nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Du bist es. Da kann man übrigens auch, ähm, hier, ähm, wechseln. Weiter mal, jetzt nicht mehr abhängen. Geht nicht. Hm. Aber da gibt's, ah, nee, das wäre dann leer, ne? Du kannst ja da verschiedene anhängen. Auch zum, ähm, Säbeln hier, ne? Für den, für den Dingsbus. Hab' er, glaub' ich, letztes Mal schon geguckt. Es ist ein bisschen langsam, aber, ähm, na, Volvo ist halt immer gut, also, als Bagger, ne? Haben ja viele. Benutzen die, die Steuern ist auch gut, also. Ist jetzt so vereinfacht gestellt, aber, ist eigentlich okay. Hey. Was ist denn da? Gerade bleiben. So. Der Blinge hat ja keiner, warum er einen Tieflader hat. Den habe ich jetzt zwar noch nicht gekaut. Wäre mal interessant zu gucken, aber hier ist halt ein Tieflader, ne? Das ist jetzt nichts, äh, weltbewegendes. Könnte, äh, hätte, hätte können. So. Hey, ah, mein Lenkrad wieder. Ja, wenn ich das Lenkrad bewiege, also, weißt du, Lenke, mit meinem Lenkredel, da bewegt sich der Bagger auch. Na, Rune, zum, hoch, rüber, und, noch ein bisschen Höhe. Höhe. Ja. Hey, wo gehst du hin? Bleib doch hier. Na. Schwänzeln's nicht so, du. Na, was will er denn? Nach loslassen. Ah, mit, mit, mit dem, äh, choice-sequent, also, mit dem, weißt du, Giants Lenkrad wird es natürlich mit der Seitenkonsole schon, schon ein bisschen besser, ne? Aber es läuft, komm, es läuft, ne? Das ist so schwierig, das ist jetzt nicht, kann man dann hier, hier ist es zum schwieriger, ne? Oh. Ey, das ist jetzt aber nicht optimal, ne? Das ist gar nichts. Nicht runterfalten, nicht runterfalten, nix immer lieb sein immer ganz lieb lieb sei lieb du kleine andere seit scheiße trägt peter du blitz da holm man schnell und jetzt hier so und dann hier ohne scheiße Ach, passt. Fuck drauf. So viel haben wir jetzt aber nicht runtergeholt. Da, ne? Nehme da hinten. Na, hinten hab ich sockt. Na. Da wär's mit dem Ding schon besser, ne? Nee. Nein. Nicht weg. Bleib doch hier. M, 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 M. Hier so. So. Und dann runne. Na. Beide. Na. Tiefer. Tiefer. Und höher. Tiefer. Rüber. Na. Schwupp. Schwupp. Und schwuppelibupp. Oh, geht. Jetzt müssen wir doch ein bisschen bewegen. Ja. Da sind wir beim Bausimulat hier. Aber hier kannst du wenigstens Gas geben, ne? Hey. Stopp. Bleib. Steh. Steh. Bleib. Bleib. Na. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch jetzt. Können wir doch nicht beide nehmen? Komm. Na. Sei lieb. Du bist nicht lieb, ne? Du bist ganz ein Böser, du. Ganz ein Böser ist er. Ups. Das war jetzt ein bisschen zu weit. Hey. Ist er runtergerutscht? Scheiße. Na. Na. Rauf damit. Und jetzt brauchen wir noch einen. Ein bisschen anstrengend hier, ne? Aber ein bisschen hier. Runi. Na. Run. Oh. Wo willst du wohl hier? Hoch. Ne. Sparsteuer. Hier rein damit. Na. Bisschen. Bisschen. Bisschen rein, ne? So. Los Leute. Los. Lasst du los. One home no. Zwei. Ne. Ne. Reicht schon. Nachher geh mal hier zur. Uiuiuiui. Binst du wohl jetzt hier? Runi. Nehm ihn. Pack ihn. Hopp. Na. Du musst die Lenkrabbe wiegen. Verdammt. Schau, jetzt muss ich runi rein. Runi. Roi. Na. Mach's doch wohl auf hier. Ja, willst du wohl hier? Na, dann ist es noch einmal liegen hier, ne? Schau. Häng, häng ist immer gut, ne? Ah, jetzt fahren wir zurück. Scheiße. Ach, das geht schon. Ui. Also, aber nicht so ideal, ne? Oh, das ist aber auch scheiße, ne? Machen wir es anders. Nicht umkippen. Sieht schon geil aus, ne? Aber die Hupe ist schon... Also, das ist schon ein bisschen peinlich, ne? Wenn wir schon höher noch dran haben. Gehen die eigentlich auch hier vorne? Das ist ein bisschen schade, dass die Dachbeleuchtung nicht geht, ne? Äh, ha. So ein bisschen schade hier. Ah, das sieht geil aus, ne? So. Fahr mal mit dem Arsch hier runter. Ne, ich kann es das knicken, ne? Äh, so wie jetzt. So. Dann, äh... Äh, hier war es, oder? Äh, ich kenne mich auch hier nicht so aus, hier, ne? Das haben wir hier unseren Waldplan. So. Jetzt weiß ich aber nicht, wo man das jetzt machen muss. Abladen, ne? Und wo man das jetzt hier... Ich glaube, schon am Wasser. Wüsste, glaube ich, schon sein. Jetzt müssen wir ja hier links, ne? Sonst kommen wir ja nicht. Wir könnten über das... Oh, Hühnerkacke, du Blöds. Hast du das geschehen? Der wollte einfach Unfall hier. Ich hab ein bisschen zu schnell unterweist, ne? Rauli! Hui! Eih, 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 eih. Ich mach schon langsam fahren, Junge. Können wir vorwärts sein? Guck, kein Zug, oder? Ich hab den einmal gesehen auf der Karte hier. Hätt er vorbeifahren sollen, aber nur da war er weg. Ich kann auch nur, was das war. Jetzt fahren wir hier rein. Richtig schön ins Wasser rein. Das ist alles rostet hier, ne? Rüberlaufen hier. Jetzt mal schnell F1 drücken. Jetzt kann ich hier... Wo kommt denn der her jetzt? Ja, heilige Scheiße hier. Äh, okay. Äh, jetzt wollte ich hier abladen, ne? Aber... Muss ich denn das jetzt hier drüben abladen oder auch nicht? Äh... Jetzt müssen wir den blöden Dings suchen hier. Wo muss denn das jetzt rein, hier? Boah, ey, war es da drüben. Jetzt ist es nicht mehr da. Ja, wo muss ich denn das jetzt abladen? Da drüben nicht, oder? Ne, das ist was anderes. Ja, wo muss denn das jetzt rein, hier? Da kommt irgendwas raus, dann. Ey, wo muss ich denn das jetzt hier reinladen? Ja, hier ist noch Produktion, ne? Ja, aber das ist... Da ist ja Holz drin. Ach so. Ah, der ladet das langsam ab. Ja, fahr... Ich fahr doch nicht so tief. Schreib mich nicht an, ja? Ach, der macht das langsam. So. Ja, hier steht's. Ja, hier steht's doch. Hier, bla bla, und schmeiss ins Wasser, und... Werfen hier kleinere Bäume und erste Maschine, Holzschnitzel als üblich erzeugen. Äh... 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 So, ich... Hau mal... Hau mal jetzt... Jetzt soll der ja hier, ähm... Wo ist denn das Produ... Produktion? Ähm... Ähm... Ja... Fertigwende, hier. Einlagern! Äh... Auslagern, direktverkauf verteilen, einlagern... Auslagern. Jetzt müssen wir die Zeit ein bisschen machen, ne? Dass denn hier vielleicht mal irgendwas kommt. Wenn ich mich mal wundere, was das für Fertigwende sind. Oder wo die überhaupt hinkommen, hier? Keine Ahnung. Na gut, viel haben wir ja eh nicht, ne? Ja, drüben sind große hier, ne? Bäume. Ist halt immer die Frage, ne? Wo, wo, wo... Wo denn das da hinkommt, ne? Aber sowas... So viel Holz haben wir ja auch nicht. Wieviel braucht man denn da eigentlich, da? Versteht nicht, ne? Auslagern. Die müssen ja dann irgendwo sein, hier, ne? Ich fahr da mal hier hin. So. Den haben wir ja auch hier, ne? Ähm... Fährt sich ganz gut. Also kann man auch drehen und so, ne? Kann man ganz gut beladen mit dem. Ist ein bisschen... Was... was hier ist ein bisschen ja das da, ne? Also... Also ein bisschen zu. Ne? Weiß, was ich mein. Muss nicht sein. So, den haben wir ja auch hier, ne? Ähm... Wo gehen wir denn hin jetzt? Hä? Wo fahren wir denn hin? Nähe Sägewerk. Was haben wir denn überhaupt? Welches... Welches Gelände gehört uns denn jetzt hier? Sie ist ja... Ach gut. Noch! Äh... Was haben wir denn jetzt? Ach, das ist auch uns da hinten. Wir sind aber keine Böhm... Böhm, ne? Dann wird das ganze lang gekauft, wenn du ein Ding machst. Hier könnte man... Das wäre natürlich noch näher, ne? Na? Das wäre schon ein bisschen näher da. Dann gehen wir rüber. Dann gehen wir da rüber. Dann gehen wir da rüber. Geh... öffrocken. Ähm... Ähm... Zeh... 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 Vorher wo der LKW ist. Da können wir... Hier müssen wir eigentlich auch mal die Bäume wegmachen. Weil die sind ja kaputt hier. Ne? Ordnung muss sein. Aber ich finde schon geil, dass man jetzt hier die Bäume auf dem Boden auflesen kann. Hier wäre eigentlich auch... Ja... Ne, wir fahren mal ums Eck. Und dann gucken wir. Ja... Das müsste... Hier... Qua... Ja, super. Da kommt's ja nicht hoch. Ja, scheiße. Jo, wahrscheinlich. Das kann doch nicht hier... Da kann er ja nicht mit dem LKW hochfahren. Können wir denn die Bäume nicht hier... Direkt... Weiß er? Juni, ich moi... Na hier, guck mal hier. Was ist denn das für ne Stange hier? Ey, lass mich aussteigen! Was ist denn das? Das ist ne Stange! Das ist ne Beleichterung! Ne, den können wir nicht fällen hier, ne? Ja, das geht nicht. Ja, und ich bewege hier. So, hier haben wir noch ganz viel Schönes zum... Da ist eh noch. Den hab ich gesehen. Der macht sich jetzt vom Acker. Wir brauchen nur, dass wir die richtige Taste drücken. Na? Was, 90 Meter?! Scheint ich! Na... Na! Na, willst du nicht?! Bzzzzzzzzhhhhh!!! Es sind wie die Frage... Kann man das direkt, oder kann man nicht?! Wasste von ihr aus? Wenn der Trigger wie du blöd Geschäft bist... scheiße das ist jetzt aber gar nicht nett hier wenn es nicht nett finde ich nicht nett hier wir machen dass wir gerade ausfahren kommt schräg das sind zwölf Meter kommen das müsste reichen dann holen wir nachher den Bumsemann wir müssen eigentlich hier leider uns verabscheiden zwölf Meter ja gut das geht gerade nur so dahinten sind aber auch viele kaputt hier es ist ein bisschen langsam ist ja kein Porsche aber ich finde es gut dass man die wenigstens jetzt auch vom Boden her jetzt aufnehmen kann kann man die mit dem Johnny da und der einer kann die schneppeln da das ist schon nicht schlecht oh ich muss so schnell nein doch andere Seite nein diese Seite oh scheiße ja nämlich ein Parallel sonst steht ab nicht also wir müssten ja eigentlich hier ne ich habe noch keine Zeit so ähm das wars eigentlich schon also wir machen wir können schon weiter machen also wenn ihr wollt ne ich meine jetzt wegen hier weißt du wie ist denn wie ist denn kann man eigentlich auch wir machen hier hinten nachher ne aber zuerst hol ich mal den anderen hier ne ja ich sag tschüss bis zum nächsten Mal wir sehen uns und schau wieder rein bis dann tschüss und schau wieder rein bis dann